Die ersten Runde begrüßen. Wir fangen auch direkt an. Heute war ohne Musik die einlaubenden Mannschaften. Unsere vier Spieler, namentlich Christian, Holger, Benedikt und Annik. Und unsere Gäste aus Halbfuhren mit Joel, Erich und Jakob. Ein paar Informationen um unsere Gegner. Der Runde DC Halbfuhren wurde im Jahr 1989 gegründet. Das ist Österreich im Burgenland verheimatet. Und die erste Mannschaft spielt in der österreichischen Landesliga. Das ist die dritte Liga in Österreich. Und was wir aus der Homepage sehen konnten, haben sie mehrere Landesmeister in ihren beiden. Die Nummer 1 ist der Spieler Aurel Söö, 53 Jahre alt, Mannschaftsposition 1 für 2. Mannschaft. Die höhere Spielklassen, die er gespielt hat, war die zweite österreichische Liga. Die Nummer 2, die wir uns mitbrüchend erteilen wollen, ist der Spieler Gernich Egermann, 27 Jahre alt, und hier ist die Nummer 2 der zweiten Mannschaft. Und die Nummer 3, Rodi Badgoldi, Jakob Nöbel, 60 Jahre alt und Position der Rückenmannschaft. Wir versuchen dagegen zu halten mit unserer Nummer 1 der ersten Mannschaft, Holger Spirz, mittlerweile 45 Jahre alt und die höchste Spieler Aurel Söö. Die Nummer 1 unserer zweiten Mannschaft, Christian Weiser, 26 Jahre alt und die höchste Spieler Aurel Söö. Und die Nummer 3, Anne Gerwald, 28 Jahre alt und Position 4 der zweiten Mannschaft, auch höchste Spieler Aurel Söö. Und mit Doppel wollten wir uns das nicht nehmen lassen, Benedikt Peinemann, auch sein erster Auftritt im Interkampf, zusammen mit Holger Spirz. Ja, es ist schon ein bisschen purlos, dass wir ein kleines Video vorbereiten, auch das, bevor dann Ossi ein paar Worte an euch richtet. Das ist nicht los. 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 Das ist nicht los.